Herzlich willkommen zurück zur elften Folge von Control Ultimate Edition. Wir befinden uns an einem der Kontrollpunkte, die wir gesäubert haben. Und müssen nun wieder zurück zu dem Ort, an dem das Rohr blockiert ist, bei den Kühlpumpen. Und ich glaube, das müsste dort sein, wo wir gerade die drei Fragezeichen gesehen haben. Das ist keine Anspielung. Oh, hier haben wir noch ein paar Gegner. Die wir zuerst entlegen müssen. Diese Fähigkeit muss da dazwischen oder auch etwas aufbauen. Oh, das sind wirklich einige. Ich dachte, die hätten wir schon mit sie. Hallo, sie haben Post. Und hier kommt noch das zweite Fähigkeit. Wir kommen hier auf das Leben hier ein. Und wir gehen uns in einen vermeintlich sicheren Ort. Weil hier gerade keine Gegner zu sehen sind. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir einen Winkel hinbekommen, wie wir die schießen können. Oder werfen. In dem Fall natürlich. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Die Flasche sah nämlich schon so explosiv aus. Haben wir hier noch? Uh, wir geben es doch einen Generator. Eine Gasflasche. Und hier geht gleich die Tür auf. Was werfen wir denn noch? Oder werfen wir überhaupt noch was? Wir sind jetzt scheinbar trotzdem durchgekommen. Ohne die alle zu besiegen. Okay, wir sind jetzt in nirgendwo. Das kam überraschend. Sieht ein bisschen aus wie die Astralebene. Nur ein bisschen weniger offen. Oh, hier wird mir echt übel. Ich hoffe, euch wird nicht übel. Davon. Ein bisschen verwirrend ist es schon, dass sich alles bewegt. Ein Objekt der Macht. Wie ist das, um ihr hierherkommt? Hüttt. Ein Karussellpferd. Alle sind immer angespannt. Das ist auch gruselig. Nein. Mit Steuerung war ich... Oh, das ist okay. Ich bin hier in der Astralebene. Ausreichend ein Sprint. Okay. Ich drücke jetzt mal STRG. Ach, damit dash ich nach vorne. Das hat wohl nicht geklappt. Hm? Was mache ich denn falsch? Das ist also... Dieses weiße Licht heißt ja, dass wir gestorben sind, dass wir irgendwie gefehlt haben. Ich renne jetzt durch Steuerung. Das reicht nicht. So, jetzt haben wir es geschafft. Und ich bin wohl zum falschen Zeitpunkt gedasht. Hoffentlich sterben wir da nicht wieder und müssen dann wieder von vorne anfangen. Ne, wir haben es geschafft. Okay. Daschen in der Luft. Wow, das fühlt sich cool an. Das war wohl nichts. Wir haben ja erstmal einen Gegner auf. Der ist gerade immun. Aber bestimmt nicht mehr lange. Was ist denn gegen meine Angriffe immun? Voltgegner. Ähm, nicht so gut. Was? Jetzt bin ich ganz am Anfang. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Ich hoffe, ich habe Geduld. Aber jetzt geht es dir viel schneller. Oh, das ist doch knapp. Also, sie sind immun gegen meine Angriffe. Das habe ich verstanden. Aber es sind ja trotzdem Gegner. Das heißt, dass sie mich angreifen können, oder? Okay, es geht nur darum, dass ich ihn auswähle. Und das habe ich geschafft. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Okay, wir sind wieder in diesem... Nirgendwo. Genau, und hier haben wir dieses Pferdchen gefunden. Dieses Schaukel. Schaukelding. Ist hier noch was zu entdecken? Sieht nicht danach aus. Dann nutzen wir unsere Fähigkeit, um hier ganz entspannt wieder lockerflockig rüber zu dashen. Ja, ich würde sagen, das ist eine nützliche Fähigkeit. Ich meine, das war nicht das, wonach wir gesucht haben. Kommen wir so weit rüber? Schaffen wir das? Müssen wir, ne? Ah, okay, wir können auch hier landen. Das ist gut. Ähm, vielleicht können wir ja ein Doppeltash machen. Ne, wir haben es auch mit dem Einfachen jetzt geschafft. Oh, gleißendes Licht. Gehen wir in diese sonnige... ...und wir fallen wieder nach unten. Einen versteckten Ort gefunden. Ah, jetzt sind wir wieder zurück dort, wo wir jetzt gerade das erste Mal runtergefallen sind. Dieses Gebäude ist immer für Überraschungen gut. Dann lass uns doch mal weitergehen. Wir suchen immer noch die Verstopfung. Jetzt haben wir eine Fernsehsendung gefunden, stattdessen. Ich bin jetzt auch im Moment. Steppin zu, die Äpfsi, ich bin jetzt. Lasst du, du lässt, lasst du, bieber, du, 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 du. Hey, Meg, was zeichnest du? Ich zeichne einen Hund. Ich zeichne die Pyramide. Die was? Die Pyramide. Was ist eine Pyramide? Die schwarze Pyramide in der Astral-Ebene. Strahle, B-B-B? Astral-Ebene. Sie ist groß, weiß und ganz leer. Oder vielleicht nicht? Hä? Es ist eine total irre Dimension. Das Weiß ist endlos. Weiß, man kann sich aber in den ganzen vielen Weiß total verlieren. Und nie wieder heim finden. Ich vermisse mein Zuhause. Ähm... Okay... Das sind die Müllhaldenkinder. Aber es ist von unserem Federal Bureau of Control produziert. Äh, ich bin... Ich werde mit jeder Folge verwirrter von diesem Spiel. Aber auf eine positive Art und Weise. Vor allem spricht sie von der schwarzen Pyramide. Und als der Junge nachfragt, erklärt sie, dass das so eine Pyramide, die weiß ist. Stabil. Hey. Ich hab den Job noch nicht fertig gemacht. Sorry. Geht's hier vielleicht lang? Ja, ich glaub, hier ging's lang. Ne. Doch. Ich ändere meine Meinung ja schnell. Oh, wirklich ein Fallschaden. Jetzt fahren wir nicht los. Ich hoffe, jetzt fahren wir nicht zu dieser Ebene. Ähm... Also... In der wir vor ein paar Folgen waren. Sondern wir fahren genau nach unten zu verstopfen. Ja, so ist gut. Nein. Genau, diese Ebene meinte ich. Da wollte ich nicht hin. Ähm... Na dann, wieder zurück. Da, ähm... Ja. Bin komplett verwirrt von diesem Gebäude. Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall relativ weit weg von dem Ort überhin. So... So... Wir müssen jetzt... Links. Dann rechts. Jetzt kommen die schon wieder. Gar kein Lust. Genau. Da geradeaus und dann rechts. Oder? Ja. Ja. Ich habe aus Versehen nur die Waffe gewechselt. Jetzt sehen wir wenigstens mal die Shotgun bezauern davon. Ich glaube, ihr braucht... Nein, eigentlich erstmal noch eine Tonne. Und die zwei, drei Hansen dann, die bekommen jetzt hier ganz toll, wenn ich es auswählen könnte. Naja, dann auch noch eine Tonne. Okay. Ich will aber diese Flasche da doch schmeißen. Geht das nicht? Oh, jetzt habe ich die Flasche kaputt gemacht. Oh, oh, oh. Viel zu viele... Oh, ja. Viel zu viel Action. Ich will doch ganz entspannt eigentlich nur nach dem Weg fragen. Und dann können wir auch... ...dann... ...dann... Jetzt haben wir ganz wenig Leben. Schnell alles einsammeln, was wir hier haben. Und jetzt haben wir, glaube ich... ...hoff ich zumindest... ...endlich mal diese Area... ...gecleart. Aber das nächste Mal, wenn wir sie betreten... ...zu früh gefreut. Was war das? Okay, nee, das war kein Gegner. Nur so ein Kühlschrank explodiert oder was so. Ähm... Wo müssen wir lang? Hier. In die Richtung, oder? Dann rechts. Nee, aber das kann es doch nicht sein. Ich dachte, da waren wir schon. Müssen wir hier vielleicht lang? Hier können wir nicht lang. Können wir nämlich hier entlang gehen? Da haben wir doch gerade angefangen. Dann rechts abbiegen. Nee, das können wir nicht durch. Also, das ist ja alles sehr, sehr verwirrend. Da ging es auch nicht hinlang. I'm sorry, guys. Diese Folge ist ja eine... ...sehr wirre Folge. Weil wir gar nicht erst dorthin kommen, wo wir hinwollen. Und... ...gar nicht dort weitermachen können. Hm. Welche Lösung gibt's dafür? Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas erkunden können. Hier geht's hoch. Da waren wir auch schon. Diese Crops stehen wieder. Die sind irgendwie wieder respawned. ...interessant. ...interessant. Ja. Der Weg führt einfach... ...also... ...wir müssen dahinter. Die Map... ...lässt uns keine andere Wahl, ne? Dann probieren wir's doch noch mal. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es da irgendwie nicht lang wird. Schade. Wir gehen hier ganz entspannt an diesen besessenen Menschen vorbei. Hier können wir nicht entlang. Jetzt sind wir dort. Und dann geht's hier weiter. Ah. Und da kommen wir da an einen Ort, an den wir hinwollen. Noch eine verschlossene Tür. Überall verschlossene Türen. Und jetzt sind wir in einem Aufzug. Na, hoffentlich führt wenigstens der dorthin, wo wir hinwollen. Zugangsprojektor zum Pumpenraum. Wartungssektor. Yes, genau da wollen wir hin. Ne, da sind wir schon. Zum Geschäftsleitungssektor. Das ist safe, nicht das, wo wir hinwollen. Was sagt denn die Map? Die Map sagt, wir sind völlig falsch abgebogen. Der ein oder andere sitzt vielleicht gerade da und denkt sich, ähm, ich hätte gewusst, wo es lang geht. Würde dir gerade so gern helfen. Ja. Tut mir leid. Die Interaktion ist gerade noch nicht möglich. Hm. Aber, auf der anderen Seite, wenn ich realistisch bin, die letzten Folgen hatten alle keine Aufrufe. Wahrscheinlich wird das sowieso nie jemand sehen. Hm. Also, von der Map her müssen wir jetzt einfach hier durch. Und da kommen wir nicht durch. Ja, genau, respawnen die schon wieder. Damit wir sie zum fünften Mal besiegen. Da, wir sind gerade in so einer Endlosschleife gefangen. Und, bevor ich da weiter rumeier, gehe ich jetzt einfach noch mal zum Aufzug und fahre zur Geschäftsleitung. Ähm. Ich schätze, dass die Geschäftsleitung das ist, wo wir eher am Anfang dieses Let's Plays waren und nicht das, wo wir jetzt hin müssen. Aber, ähm, wir schauen es trotzdem mal nach. Genau. Ich, ähm, will auch euch gar nicht weiter hier, ähm, aufhalten. Wir schauen uns jetzt noch kurz an, äh, wie es dort oben aussieht. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Und ich schaue mir noch mal die letzten Folgen genauer an. Ähm, ob ich dort entdecken kann, wohin wir genau müssen. Ja, genau. Das ist hier der erste Kontrollpunkt, den wir gesäubert haben. Das heißt, der Entschwende erschossen. Die Lage verschlimmert sich. Oh, Leute. Hier ist die Hope. Vielleicht kann die uns helfen. Wo kommt das her? Ich sehe ihn. Ich weiß nicht, wie du es zur Wartung geschafft hast, aber lass die Quarantäne schnell aufheben, damit wir die anderen finden können. Wir können jetzt nachfragen zu verschiedenen Themen. Das klingt doch nach einer Aufgabe, die wir in der nächsten Folge übernehmen. Die wir in der nächsten Folge übernehmen können. Hoffentlich sind wir dann auch wieder an dem Ort und nicht wieder völlig random irgendwo. Bis dahin. Freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Und ja, wenn es euch geschmeckt hat, lasst gerne einen Like da. Ciao.